Ein LKW auf einer Landstraße in Texas. Sein Anhänger wurde zur Todesfalle für 46 Menschen. Nur 16 der offenbar geschmuggelten Migranten haben die Odyssee überlebt, darunter vier Kinder. Offensichtlich hatten die Schleuser kein Wasser bereitgestellt bei Werten um die 38 Grad. Die Patienten, die wir sahen, fühlten sich sehr heiß an. Sie litten unter Hitzschlag und totaler Erschöpfung. Keine Spur von Wasser in dem Fahrzeug. Und das, obwohl es ein Kühllaster war. Und dennoch gab es kein funktionierendes Kühlsystem an Bord. Der Lastwagen wurde auf einer entlegenen Straße bei San Antonio nahe der Autobahn I-35 gefunden, die zur Grenze zu Mexiko führt. Ein Straßenarbeiter hört gegen 18 Uhr Ortszeit zufällig Hilfeschreie aus dem Truck. Die Tür steht halb offen. Eine Leiche liegt vor dem LKW. Für die Republikaner ist der Fall klar, die Demokraten haben die Grenze nicht im Griff. Der texanische Gouverneur Greg Abbott erklärt auf Twitter, diese Toten gehen auf Biden. Sie sind das Ergebnis seiner tödlich offenen Grenzpolitik. Ob die Schmuggler geflohen sind, ist bislang unklar. Wir konnten drei Menschen festnehmen, ob sie was mit der Sache zu tun haben, müssen wir allerdings noch ermitteln. Noch ist nichts über die Nationalität der Opfer bekannt. Da aber vermutlich Mexikaner unter den 46 Toten sein werden, will heute der mexikanische Konsul nach Texas an den Ort der Katastrophe kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017